herzlich willkommen in meinem kleinen neuen bescheidenen fuhrpark hier ich habe mir ein paar neue fahrzeuge zugelegt mit denen wir jetzt hier alles erkunden damit ist das spiel viel einfacher obwohl ich glaube ich glaube nicht mal die panzer haben chance gegen die die viecher hast du gesehen da war eine wurde er einfach umgeschmissen eine also ich glaube wo ist das der sender ach du suchst ein störsender alter kompressor für maschinenpistole 5 das nenne ich doch hier mal hier gibt sich zum gasthaus an der küste ach noch das letzte gefächter ok die haben es die missionen gerade angetan aber weißt du warum wir wieder plötzlich so schnell vorankommen ja das voll motivierend mit dem wenn das mal läuft ja bin ich ehrlich gesagt richtig froh alter hier ist ein riesen dings so ein komplex also so ein riesen hau ist riesen häuser sieht aus oder ja könnte der sender drin sein den wir suchen müssen oh nein ich habe ihn wenn du willst mache ich hier die dinger jetzt auch mal sagen wir das laut ich habe den störse ja ich habe den störse in der arbeit deaktiviert das ist doch gut ich habe übrigens die türen aufgeschlossen wenn du kommen möchtest alter ja warte ich aktiviere nur noch das funkgerät hier ist eine bazooka level 4 also wirst du kommen für das funkgerät oder soll ich machen wie willst du abhören meinst du mach ruhig ok der schusslinie ich spiele schneller gasthaus an der küste das ist bestimmt hier hinten muss das eins sein hafskroken an der küste hafskroken wo ist denn hafskroken lass knacken hafskroken ist denn mal kaputt ach so hafskroken ist bestimmt das gebiet hier ein rückzugsort ein rückzugsort eine mission war direkt da beim bunker ich jetzt echt die wurde uns doch gar nicht angezeigt oder naja aber jetzt hafskroken an der küste ich gehe mal rüber zur küste macht das ich gucke mich hier um ich finde als noch neue waffen neue visiere und so ein scheiß ich kann ihn nicht weg ich verpasse hier sonst auch ich habe noch was gefunden neue mission suche an der küste ach so das hast du schon gefunden vorzugslieferung ich muss jetzt erst mal nach westen gehen das sind gerade so viele mission auf einmal ja voll unheimlich das problem ist ich habe jetzt schiss wenn ich irgendwo nicht rein geht das irgendwas verpassen könnte das ein open world spiel was neu erweitert wird du kannst hier jederzeit am ende noch mal lang gelaufen wie geht es um die mission ich will keine mission verpassen die werden auch noch da sein ja aber ich will hier nicht alles zwei dreimal ablaufen müssen werden wir später war in den großen lagern doch irgendwas interessantes munitionskisten und so noch ein schreiben neue mission schmugglerware abgeschlossen ich habe hier unten so ein bunker komplex wieder gefunden du hast bestimmten schlüssel gefunden oder so bei der schmuggelware mission da war nur das oder warum brauchst du schlüssel ja hier wo ich war in diesem bunker ding braucht man einen schlüssel abgesperrt oder in die krieg die drei ganzen hass und radio dabei ist das nicht weit weg von dir weil ich stelle aber ein radio hin und wissen du ich komme zu dir ich komme das einfach muss ich dafür das gebiet hier verlassen nicht weit hier unten wo hier das ding aus hell kann es auch so essen okay ist abgesperrt wir müssen wahrscheinlich wieder den kick hat irgendwo finden so ich gehe wieder nach oben ich gehe hier an die küste hier ist auch ein bunker oder was ist das hier sind auch bunker 2 ich weiß ob du hier schon warst naja vielleicht gibt es hier der kick hat oder so lauf alter lauf okay das ist ein großes lager hier wo ich gerade bin da geht es nicht rein und zu mir was denn das letzte ist noch abgeschlossen hier liegen lauter leichen aber ich kann die nicht looten aber mission ist abgeschlossen ja 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 wir sollten nicht immer so weit entfernt sein du schießt als oder das hörst du obwohl ich ein schalter drauf habe ja gute ohren es ist so fasziniert dass die lampen immer leuchten wahnsinn ja im lkw lampen leuchten ich bin wieder in einem bunker drinnen der hat mich einfach nur ausgeführt da muss man was anderes geben ja hier steht ein brennender panzer da ist da löst als hier rum da hast du als rote türen die entweder verschlossen sind oder schon wieder abgesperrt hier geht es irgendwo was das denn ok das sieht anders aus hier ein bisschen ist aber alles abgesperrt kommt ihr also nicht wirklich irgendwo rein aber irgendwo raus also wie viele missionen wir mittlerweile haben aber echt hast du danach irgendwo ein unterschlaf gefunden da wo du gerade bist nein irgendwo muss noch ein unterschlaf sein aber jetzt haben ordentlich wieder missionen was zu tun du finde ich gut ja die 2 lasse ich mal markiert ich glaube das ist eine endmission weil die sagt da kann man alle maschinen abschalten ok aber ich glaube die machen wir nicht oder also noch nicht zumindest weil da ist das spiel zu ende haben wir ja nichts mehr zu spielen wir haben noch so viel zu erforschen dann kommt ein neues spiel ne erstmal nicht nach dem urlaub ja aber vor dem urlaub wird schwierig ok wo wir überall fuhrgeräte stehen haben ich suche gerade ein unterschlupf ich muss sagen verhältnismäßig ging das große inseldinge schneller wie ich anfangs dachte wo wir auf diesen kleinen ja der anfang hat viel länger gedauert hier oben das gegner gegen ich würde die brücke gern mal machen mich interessiert dass da oben schon die brücke kommen wir in die nähe punkte ist der unterschlupf ach hast du unterschlupf gefunden oder was ja den wenn wir vorher schon mal hatten bei mire dalen da bei dem punkte ok ich schmeiße jetzt die pistole weg wenn ich wegen der pistole keine bandage weg legen ach mitnehmen kann dann schmeiße die die mission zu die brücke wollte ich angehen weil mich das schon fasziniert da oben was die mission aussagt über das weitere gebiet eventuell ok ich bin einfach neugierig wie die historien alles weiter geht das spiel allgemein das treibt mich gerade jetzt wo es läuft richtig voran ich durchsuche immer noch die häuser hier oben hier wird wahrscheinlich nichts sein ich komme mal in eine richtung nur noch schnell das hier machen ich gehst noch so viel beutel also gehst du jetzt gerade hoch zur brücke ja beim funkgerät aufstellen wenn du eins hast was steht denn hier für ein stein mittendrin hier ist hier ist ein kleines häuschen was für dich was für mich funke steht ich kann sie noch nicht sehen karte auf da ist jetzt hier kann man wieder gut looten ist wieder munitionslager hier gewesen ok und eine waffe mein inventar ist voll ich glaube nicht dass sie besser ist hast du gesehen wie ich geflogen bin du bist vor mir rumgesprungen ich kam da nicht rein ich bin voll weg geflogen ok bei mir ist hier nichts schönes aber ich habe meine waffe fast komplett aufgerüsteten alle alles auf höchster stufe glaube ich fast eine mission gibt es hier auch gerade gesehen schalldämpfer und visier beide auf fünf und die waffe auf bis zum kampf eingetreten ja 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 lieb lol was hier los ist words wirklich Leute Okay. Okay. Oh. Dieser Raketenwerferhund. Okay. 갖 LIKE 3 5 5 2 Es ist ein paar Lachen. Okay. Okay. So erstmal looten Munitionsaubernier. hatte ich eben schon mal vor wurde ich als unter wochen irgendwie nicht dass ich brauche doch bei mir schon da wollen wir nicht so ein bisschen von dieser grünen munition wenn nicht schlecht kann ich echt gebrauchen gerade ja habe 20 schuss für die waffen und sonst muss ich gucken wo ich die munition herkriege in den autos ist grüne munition bei mir nicht wahrscheinlich genau weil die es brauchen aber ich habe scharfschützen munition gefunden für dich ja nehme ich auch grüne munition so ein durcheinander hier die folge ist auch schon wieder vorbei geht aber schnell jetzt so dann würde ich sagen beenden wir es auch gleich hier und weiter geht es dann bei der nächsten folge alles klar bis denn bis zur nächsten folge ciao ciao